Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt, aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Na, verdammt! Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug hätte, dann stecken wir auf einem beschissenen Frito fest. Atom, durchsuche die Leichen und versuche, uns hier rauszubringen. Blastige Sticks! Komm schon, eröffne dich! Antion, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht sticht! Denk an unsere Abmachung! Ich zähle auf dich, Junge! Komm schon, braves Gitter! Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich! Du bekommst auch neue Farbe! Oh, große Tür! Ich höre, du rufst mich! Ja, meine Herren! Ich höre dich! Ja, ja, ja! Immer, immer! Oh, ja! Jetzt bin ich glücklich! Deine Liebe sind herrlich! Sing weiter! Sing Mut für mich! Ich bin... Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Boah, das wünsche ich keinem Feind! Weißt du, du bist härter, als du aussiehst! Gehen wir los! Wir sind fast am Markt! Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden! Gehen wir los! Und hier ist der Markt! Bleibe ruhig! Onkel Burban bringt uns schon rein! Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Mist, Kerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammten aus alles! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Wir beginnen! Was ist das? Hey, ihr! Schreibt euch! Du, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer Dinosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Absolut. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst ein Auge auf den da. Nicht bewegen! Stillgestanden! Ich rede mit dir! Okay, die beiden können durchs. Wir kommen auf dem Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey, einen anderen Tonfall gefließt! Wir stecken tief in der Scheisse. Aber hast du es im Leben? Keine Chance, dass ich diese Wagen ums Auszahnung habe. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage scheiße schaufen lassen. Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin noch die verkohlten Körper der Opfer. Nun, zur Hanze können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten Jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar, oder? Ich finde dich schon. Also, los mit dir. Du hast ungefähr fünf Minuten. Das ist ein literischer Unsinn. Daher dachte ich, es wäre ein Ratenuntergleich. Was? Verschwitzst du? Verschwinde! Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Markt. In St. Petersburg müsste es überleben gehen. Manche Meter stehen hier heute in der Tiefe. Genau in der Mitte des Tunnels steht ein Ausdruck. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Der hat die verkohnten Körper der Opfer. Wie fällst du mit etwas Lonschauen? Zerbe, ich meine Lass! Man kommt nur schnell am Zug vorbei, da der Tunnel dieser Scheiße gestürzt ist, der Raum zu den einen Pfänden aufgeführt hat. Für diese beiden Länge müssen... müssen sie nicht mehr через die Reichweifel circumferieren. Vorher der Premier ist schattet, auch, wenn der Chat nach late, und bloß linking sich viel Platz um in der Serie ... ios, er Pilafur wurde erfas Burium gesamtит. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen... Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen... Wie auch immer. Was gibt's denn? Hallo! Patronentausch! Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro! Und wo ist Ihre Moon? Meine ist hier. Guter Deal! Hey Mama! Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Hier ist Moskauer Metro. Ende. Hört mich jemand? Alle bereit machen! Das Tor öffnet sich! Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen! Gebt mir Deckung! Verdammt! Ich hasse das so sehr! Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. Hier ist die Moskauer Metro. Na, zieh du ruhig aus. Hört mich jemand? Die Luft ist dabei. Luft! Falls mich jemand hört... Danke! Wir müssen hier weg! Sofort anhalten! Anhalten! Schnapp sie euch! Ich müssen da werden. Allewaiten... Schnappen sitzen.